Das ist Schnaufi. Schnaufi hat heute Schneetag. Hintergrund. Noch ein zweites Nutria. Man traut sich nicht so richtig hier ran. Na Schnaufi, wie gefällt dir denn der Schnee? Gut. Aber zu kalt. Zu weiß. Naja, wie auch immer. Guten Appetit. Alles gut, schlinky. Ganz ruhig hier oben bleiben. Doch, lieber ins Wasser. Selbst auf der Insel sitzen. So. So. Vielen Dank.